Wir Sportler sind natürlich volle Hallen gewöhnt. Viel Energie, die von den Zuschauern auf die Mannschaft überschwappt. Wir leben von der Atmosphäre und gerade wenn es mal vielleicht nicht so gut läuft, pushen einen die Fans schon nochmal. Es ist eine große Herausforderung für uns, diese Leistung, den Fokus abzurufen und die Energie ausschließlich von innen heraus bereit zu stellen. Daher bin ich zum nächsten Mal sehr froh, dass die Medi am Bad geblieben ist. Wir sind hier im Prozess für uns, also wir werden viel schneller erhoben. Ich habe es persönlich gemerkt, dass mein Körper nach gut sechs Monaten Pause am Anfang Schwierigkeiten mit der hohen Belastung wieder hatte. Ein Sportler ist mir bemüht, immer das Maximum rauszuholen und da geht es oft um die kleinsten Essenzen und Prozentsätze. Und wenn man das aus den unterstützenden Materialien rausholen kann, dann umso besser. Ich benutze sehr viel die Reisesocken von Medi oder auch die Recovery Tide, um einfach besser regenerieren und schneller wieder Bestleistung geben zu können. Basketball ist Medi, Medi ist Basketball und unsere Pläne sind wie immer ehrgeizig und daran wird sich auch nichts einbauen. Das ist die Möglichkeit, die Medi am Bad geblieben sind. Vielen Dank.